Hallo zusammen zur folgenden Aufgabe. Berechne den Radius des grünen Kreises, diesen hier. Klicke kurz auf Pause, bearbeite die Aufgabe, gleich gibt es die Auflösung. Vergiss nicht dein Abo dazulassen und jetzt gibt es die Auflösung. Zuerst bezeichne ich die Mittelpunkte als M1, M2 und M3. Jetzt zeichne ich hier bei diesem Kreis den Radius senkrecht auf diese Gerade, das gleiche mache ich hier mit dem grünen Kreis auch. Das Ganze schaut wie folgt aus. Als nächstes zeichne ich ein rechtwinkliges Dreieck M3DM1, das heißt von M3, hier senkrecht da drauf und von M3 zu M1 und dieser Punkt hier ist der Punkt D. Es ist jetzt das Viereck BCDM3 entstanden und dieses Viereck ist ein Rechteck, das heißt diese Strecke und diese sind gleich lang und diese Strecke und diese. Daher kann ich diese auch klein r nennen. Wir schauen uns jetzt das Dreieck M3DM1 an, dieses hier. In diesem gilt, die Strecke M1M3 ist 4 plus r, denn von M1 bis M3, von M1 bis hierhin ist der Radius des grünen Kreises, der war 4 und das kleine Stück ist der Radius R des grünen Kreises, also 4 plus r. Die Strecke M1D ist 4 minus r, denn von M1 bis ganz runter sind es 4 und jetzt muss ich dieses R abziehen, um zum Punkt D zu kommen, daher 4 minus r. In diesem rechtwinkligen 3 kann ich jetzt den Satz des Pythagoras anwenden. Der geht wie folgt, die eine Kathete zum Quadrat plus die andere Kathete zum Quadrat ist gleich die Hypotenuse zum Quadrat. Hier kann ich die zweite binomische Formel anwenden. Die geht das vordere zum Quadrat, 4 Quadrat ist 16, minus 2 mal das vordere mal das hintere, 2 mal 4 ist 8, mal r ist 8r, plus das hintere zum Quadrat, also r Quadrat. Hier die erste binomische Formel. Das vordere zum Quadrat, 4 zum Quadrat ist 16, plus 2 mal das vordere mal das hintere, 2 mal 4 ist 8, mal r ist 8r, plus das hintere zum Quadrat, also r Quadrat. Auf beiden Seiten kann ich die 16 rauskürzen und das r Quadrat. Jetzt bringe ich die minus 8r auf die rechte Seite. Anstatt minus rechne ich das Gegenteil auf beiden Seiten plus 8r. 8r plus 8r sind 16r. Das hoch 2 soll verschwinden, ich muss also auf beiden Seiten die Wurzel ziehen. Die Wurzel von 16r. Die Wurzel von 16 ist 4 und dann habe ich noch die Wurzel von r. Die Strecke M3D ist also 4 Wurzel r, dann ist auch die Strecke BC genauso lang, da es ja ein Rechteck ist. Wir gehen beim blauen Kreis genauso vor. Das heißt, wir zeichnen wieder ein rechtwinkliges Dreieck ein. Es entsteht wieder ein Rechteck, hier ABM3E, dieses hier. Diese Seite und diese sind gleich lang, also bezeichne ich diese auch als r. Wir schauen uns jetzt das Dreieck EM3M2 genauer an, dieses hier. In diesem gilt, M2M3 ist 2 plus r. Diese Strecke hier, von M2 bis dahin ist ja der Radius des blauen Kreises mit 2 und dieses kleine Stück ist klein r, das Ganze also 2 plus r. Die Strecke M2E ist 2 minus r. Diese hier, nämlich von M2 bis ganz runter ist der Radius des blauen Kreises mit 2 und jetzt muss ich r zurückgehen, also abziehen, um zum Punkt E zu kommen, daher 2 minus r. In diesem rechtwinkligen Dreieck wende ich jetzt den Satz des Pythagoras an. Der geht wie folgt. Die eine Kathete zum Quadrat plus die andere Kathete zum Quadrat ist gleich die Hypotenuse zum Quadrat. Hier die zweite binomische Formel. Das vordere zum Quadrat, 2 zum Quadrat ist 4, minus 2 mal das vordere mal das hindere, 2 mal 2 ist 4, mal r ist 4r, plus das hintere zum Quadrat, r Quadrat. Hier die erste binomische Formel. Das vordere zum Quadrat ist 4, plus 2 mal das vordere mal das hindere, 2 mal 2 ist 4, mal r ist 4r, plus das hintere zum Quadrat, r Quadrat. Auf beiden Seiten kann ich die 4 rauskürzen und das r Quadrat. Ich bringe jetzt die minus 4r auf die rechte Seite. Anstatt minus rechne ich das Gegenteil auf beiden Seiten plus 4r. 4r plus 4r sind 8r. Das hoch 2 soll verschwinden, ich muss auf beiden Seiten die Wurzel ziehen. Die Wurzel von 8r. Die Wurzel von 8 ist 2 mal Wurzel 2 und dann auch mal Wurzel r. Die Strecke EM3 ist 2 Wurzel 2 mal Wurzel r lang, dann ist auch die Strecke AB genauso lang, da es ja ein Rechteck ist. Wir zeichnen noch ein rechtwinkliges Dreieck ein, nämlich M2M1F. Das geht hier entlang, das schaut wie folgt aus. Und hier ist der rechte Winkel, da der Durchmesser des blauen Kreises genauso lang ist wie der Radius des roten Kreises. Jetzt beschrifte ich. Diese Strecke ist ja der Radius des blauen Kreises, also 2. Von hier bis dahin ist auch der Radius des blauen Kreises, also auch 2. Von hier bis hierhin ist der Radius des roten Kreises, also 4. Und die Strecke FM1 ist genauso lang wie die Strecke AC. Also 2 Wurzel 2 mal Wurzel r plus 4 mal Wurzel r. Ich schreibe mir die Länge nochmal raus. FM2 war 2 lang, die Strecke M1M2 ist 6 lang, nämlich 2 plus 4. Und die Strecke FM1, diese hier, hier kann ich die Wurzel r ausklammern. Das heißt, das Schwarze kommt in Klammern, 2 Wurzel 2 plus 4 und das Ganze mal Wurzel r. Jetzt kann ich in diesem rechtwinkligen Dreieck den Satz des Pythagoras anwenden. Der geht wie folgt. Die eine Kathete zum Quadrat plus die andere Kathete zum Quadrat, das war ja das hier, ist gleich die Hypotenuse zum Quadrat. Dann 2 zum Quadrat ergibt 4. Das Quadrat bezieht sich auf die Klammer, also die Klammer zum Quadrat und auf die Wurzel. Wurzel und Quadrat hebt sich auf, r bleibt übrig. Und 6 zum Quadrat ergibt 36. Jetzt bringe ich die 4 auf die rechte Seite. Anstatt plus rechne ich das Gegenteil, ich rechne minus 4. Rechte Seite 36 minus 4 ergibt 32. Und wenn ich die Klammer zum Quadrat in den Taschenrechner eingebe, erhalte ich ca. 46,63. Der Radius soll alleine stehen, die Zahl muss also auf die rechte Seite. Dazwischen ist ein Malpunkt, ich rechne das Gegenteil, auf beiden Seiten geteilt durch diese Zahl. 32 geteilt durch 46,63 ergibt für den Radius ca. 0,69 Längeneinheiten. Und das ist auch die Lösung der Aufgabe. Schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr es lösen konntet und wie ihr es gelöst habt. An dieser Stelle möchte ich mich noch recht herzlich bei all meinen aktuellen Kanalmitgliedern bedanken. Vielen Dank für eure Unterstützung. Teile niemals durch Null, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.